Jetzt geht's los! Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich wieder fit bin. Ja, ging ja ziemlich schnell jetzt auch dann, hatte einen ziemlich guten und schnellen Heilungsverlauf. Ja, und freue mich einfach, dass ich wieder am Platz stehen darf und mit der Mannschaft trainieren kann. Vor 40.000 Leuten spielt man auch nicht alle Tage. Ja, war natürlich ein schönes Erlebnis für mich. Aber wie alle gesehen haben, haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber sind leider nicht belohnt worden. Ja, ich habe mich persönlich schon wieder richtig gut gefühlt. Ich bin seit zweieinhalb Wochen jetzt im Mannschaftstraining und arbeite daran, dass ich wieder der werde, der, was ich vor meiner Verletzung war. Man kann das trainieren, so viel man will. Im Endeffekt ist es eine Tatsachenentscheidung, die du in dem Moment triffst. Ob du jetzt den Ball vorbeischiebst oder ob du den Torwart überloobst, dann ist es, glaube ich, mental im Kopf einfach. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir so weiterspielen und weiter hart an uns arbeiten, dass wir auch für die Chancen, die wir haben, auch irgendwann mal belohnt werden und dann die Dinge auch einfach einmachen. Ich glaube, grundsätzlich in dieser Liga ist, glaube ich, jedes Spiel extrem schwer. Ja, und der ein Abstiegskampf ist, da geht es einfach nur, da geht es ums Überleben. Das wissen auch die, das wissen auch wir. Ja, es wird einfach wichtig sein, einfach den Spirit von Hannover und von Frankfurt mitzunehmen. Das waren richtig gute Spiele von uns und das muss man am Sonntag am Platz sehen. Und ja, im Abstiegskampf zählen nur Punkte und wir müssen am Wochenende drei Punkte halten. Ja, ganz klar, dass wir nicht absteigen, dass ich so schnell wie möglich zu alter Form finde und dann regelmäßig zu meinen Spielen wiederkomme und der Mannschaft helfen kann am Platz. Das sind so meine Ziele. Ich finde den Aktionstag eine tolle Sache. Ich war selber auch schon im Betel in der Kinderklinik. Ich finde das einfach toll, was hier gemacht wird und freue mich einfach auf Sonntag auf das Spiel. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinaus zu gehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann. Zum Ränen b Wilmetal Spiele 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 Untertitelung des ZDF, 2020